Hallo Leute, ich heiße Anders und ich bin seit sieben Jahren ein Englischlehrer. Arabisch ist meine Muttersprache und Deutsch habe ich mich selber beigebracht. Und ich lerne es natürlich noch, also ich weiß, wie schwer eine Sprache zu lernen ist, aber keine Sorge, ich weiß auch, wie es leichter zu machen. Ich habe viele Ideen und meistens helfen mit Fliesen sprechen. Ich sorge mich nicht darüber, Vokabeln und Grammatik, weil ehrlich, ich glaube, als ein Student oder eine Sprachelehrer, du sollst nicht alles kennenzulernen, aber nur die wichtigen Sachen kennen zu lernen, um eine Sprache zu benutzen. Hallo Leute, mein Name ist Anas und ich habe über fünf Jahre lang gelehrt. Ich habe es meistens auf Libyen-Studien, hier in Libyen, aber ich habe die Erfahrung mit anderen Menschen, mit anderen Nationen und anderen Sprachen. Ich habe viele Ideen und ich liebe Technologie, und ich mache es in alle meine Sprachen, in order zu bringen eine smooth-lehrer Erfahrung für euch. Merhaba, mein Name ist Anas. Ich bin eine Sprache für Englisch-Studien, seit fünf Jahren in Libyen. Ich arbeite in Libyen, in Libyen. Ich arbeite in Libyen, für die Arabische Sprache, aber ich habe eine Sprache, für ihre Sprache, für die andere Sprache. Ich liebe Technologie, und meine Sprache, in all die Sprache. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.